Ja, herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Wir wollen uns heute anschauen, wie wir mit dem Homepage-Baukasten von Jimdo unseren eigenen Blog erstellen können. Jimdo ist ein ganz beliebter Homepage-Baukasten hier in Deutschland, weil der wird hier auch produziert. Die Leute, die das machen, die kommen aus Hamburg. Den gibt es auch schon relativ lange. Und der bietet auch einen guten Funktionsumfang an, dass du eben selbstständig relativ schnell deine eigene Webseite bzw. Webseite mit Blog erstellen kannst. Ja, ich verspreche dir einfach, wenn du bis zum Ende dran bleibst, wirst du deinen eigenen Blog haben. Das geht relativ leicht. Und ich denke mal, wir brauchen so 25 Minuten, 30 Minuten dafür. Und jetzt geht es auch schon los. Ganz wichtig, bevor wir anfangen, du findest unten in der Videobeschreibung, findest du den Link zu Jimdo. Das ist ein Partner-Link. Das heißt, wenn du dich darüber anmeldest, bekomme ich hier eine kleine Provision für meinen Kanal und kann eben noch mehr von diesen Videos hier kostenlos anbieten. Das Ganze ist nämlich auch immer relativ aufwendig. Und diese Partnerprogramme ermöglichen mir halt eben, diese Videos zu machen. Wenn du schon mal auf Jimdo warst, dann kannst du auch ganz kurz hier oben unter Einstellungen dann auf weitere Tools und dann hier Browser-Daten löschen und deine Cookies löschen und erst dann auf den Link klicken und dich anmelden. Das stellt dann einfach sicher, dass das System weiß, dass du auf jeden Fall von mir kommst und dann eben ich dann auch die kleine Provision von Jimdo erhalte. Ja, ich wäre dir sehr dankbar. Das ganz kurz als Einschub. Und jetzt legen wir los. Also wenn du auf den Link unten geklickt hast, dann landest du hier auf dieser Seite und dann kannst du dich hier, lass uns einfach loslegen, kostenlos geht das Ganze. Kannst erst mal draufklicken und anfangen. Melde dich dann mit Google, Facebook oder der Apple-ID oder so an. Und im nächsten Schritt landest du dann hier direkt auf dieser Seite. Das ist so ein bisschen das Dilemma, was jetzt Jimdo für uns kreiert. Und zwar gibt es zwei Systeme. Einmal hier so ein Anfängersystem. Das nennen die auch Dolphin. Wobei, das haben die so ein bisschen weggenommen, aber im Internet nennt man das immer noch Dolphin. Und dieses Creator-System. Das ist so ein bisschen für Fortgeschrittene. Ja, ein kleiner Hinweis an der Stelle. Bisher gibt es diese Blog-Funktion nur in diesem Jimdo-Creator-System. Hier ist das noch nicht hinzugefügt. Ich weiß auch nicht, ob das noch hinzukommt. Deswegen müssen wir in jedem Fall, wenn wir einen Blog erstellen wollen, dieses System nehmen. Dann klickst du nämlich hier einfach auf jetzt starten. Genau, und im nächsten Schritt fragt dich dann das System von Jimdo, was für eine Seite du erstellen willst. Zum Beispiel hier in der Nische Gesundheit und Wellness, in der Gastronomie, Tourismus. Vielleicht möchtest du auch einen Online-Shop. Dann suchst du hier dir das aus. Ich nehme direkt mal das Erste, Gesundheit und Wellness. Genau, und dann siehst du hier diese Vorlagen. Und da kannst du mal rumgucken. Nimm dir da ruhig viel Zeit für, weil so wird eben deine Webseite dann auch später aussehen. Und dann suchst du dir eben die raus, die dir am besten gefällt. Ich nehme hier wieder diese Physiotherapie-Vorlage, weil ich denke, da kann sich jeder so ein bisschen was darunter vorstellen. Und klicke jetzt hier einfach auf dieses Design wählen. Genau, und im nächsten Schritt bietet dir Jimdo hier so ein bisschen die Pakete schon an. Natürlich, am Ende kostet das auch irgendwann Geld. Und das wollen sie dir eben dann auch direkt zeigen. Aber man kann hier auch mit so einer Gratis-Domain starten. Hier Jimdo-free.com. Und da hat man eben schon so einzelne Funktionen, die man dafür verwenden kann. Das würde ich jetzt auch mal erstmal für dieses Tutorial hier nehmen. Genau, und im nächsten Schritt kannst du hier dir deine Wunsch-Domain aussuchen. Kannst du hier eingeben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, hier meine Physio Berlin. Dann kannst du hier auch Verfügbarkeit prüfen. Ich denke mal, die ist jetzt auf jeden Fall verfügbar, weil die relativ lang ist. Ich würde euch hier empfehlen, ein bisschen was Kürzeres zu nehmen. Vielleicht einfach nur Physio Berlin. Genau, und schon erstellt er hier euch diese Seite. Die Seite, das ist relativ cool gemacht. Wir sind hier auf der Homepage. Und hier sind eben schon so Dummy-Inhalte eingefügt. Die Überschrift und die Bilder passen schon so ein bisschen zu diesem Thema Physio. Hier sind auch schon so Texte drin. Und hier könntest du jetzt einfach direkt reinklicken und die Texte anpassen. Wenn du jetzt zum Beispiel die Öffnungszeiten hier verändern willst, kannst du ja sagen 18 Uhr. Dann klickst du hier auf Speichern und schon ist das verändert. Ich habe auch noch ein Website-Tutorial für den Jimdo Creator Editor hier gemacht. Da erkläre ich euch das ein bisschen umfangreicher. Aber keine Sorge, wir machen das gleiche jetzt auch so im Blog. Das funktioniert relativ ähnlich. Deswegen würde ich jetzt hier nicht auf der Webseite das alles anpassen. Das kannst du, wenn du jetzt gleich siehst, wie das im Blog funktioniert, auch automatisch auf der Webseite machen. Aber ganz kurz vorab noch zum Aufbau. Das ist eben die Kopfzeile deiner Webseite. Das ist so ein bisschen der Inhalt der Webseite, also diese einzelne Seite. Und hier unten gibt es dann auch noch die Fußzeile. Da steht wie gewohnt immer so ein bisschen das Impressum und die Datenstutzerklärung drin, die Praxiszeiten und die Adresse. Das kannst du auch alles anpassen. Der Hauptunterschied ist eben, dass die Fußzeile und die Kopfzeile immer sichtbar sind auf allen Seiten. Und dass hier in dem Fall die Homepage eben nur sichtbar ist, wenn du auf Start bist. Wenn du jetzt hier auf Praxis klickst, kommst du eben auf die nächste Seite, auf Physiotherapie auf die nächste Seite. Und die könntest du jetzt hier alle anpassen. Und ganz wichtig noch, du kannst hier oben im Navigationsbereich, kannst du auch diese einzelnen Seiten hier im Menü anpassen. Du kannst hier die Reihenfolge verändern, indem du hier drauf klickst. Und du kannst auch so Unterseiten kreieren, indem du zum Beispiel hier der Kontakt ist schon eine Unterseite von Praxis. Wenn ich das jetzt nicht haben möchte, würde ich hier drauf klicken. Dann geht der automatisch hier rüber. Und dann ist Kontakt eben auch im Menü direkt mit drin. Und keine Unterseite. Und wenn ich das jetzt so mache, dann wäre das wieder eine Unterseite von Praxis. Du kannst hier auch Seiten ausblenden. Das ist relativ cool, wenn du eben Seiten, die noch nicht fertig online zeigen möchtest, kannst du die erstmal ausblenden. Und natürlich kannst du hier auch einzelne Seiten erst löschen. Und auch neue Seiten, leere Seiten hinzufügen. Und die dann eben benennen und mit Inhalt füllen. Ja, da einfach mal mit rumspielen. Nein, das ist keine Raketenwissenschaft. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Das nur so vorab, so ein bisschen zum Anpassen der Webseite. Aber wir wollen uns jetzt hier erstmal den Blog anschauen, weil das ist ja so ein bisschen das, was wir haben wollen. Und können dann eben hier auf Menü klicken. Genau. Und dann gibt es hier auch noch so Designanpassungen. Da kannst du auch mal draufklicken. Das ist auch relativ selbsterklärend. Da kannst du eben die Farben hier anpassen, wenn du möchtest. Da einfach auch mit rumspielen. Das findest du auf jeden Fall. Wir wollen uns jetzt aber hier erstmal den Blog anschauen. Dafür klicke ich auf Blog. Genau. Und dann kann ich jetzt erstmal den Blog als Funktion auf meiner Seite aktivieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Physiotherapeut bin, dann ist die Frage, warum soll ich jetzt einen Blog haben? Da könnte ich eben anfangen zu einzelnen Suchanfragen, zum Beispiel Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen. Da könnte ich dann eben anfangen, Blogposts zu verfassen. Hier ein kleiner Tipp. Ich würde jetzt natürlich nicht zu so einem allgemeinen Suchbegriff wie Nackenschmerzen was machen, weil dafür gibt es wahrscheinlich schon super viele Einträge bei Google und super viele Leute, die da schon sehr gute Blogposts geschrieben haben. Das Wichtige ist hier, wenn du gerade anfängst, dass du eben sehr lange Suchbegriffe nimmst und sehr spezialisierte Suchbegriffe, weil dazu gibt es dann einfach weniger Inhalte auf Google und Google zeigt dich eben schneller an. Zum Beispiel wäre jetzt Nackenschmerzen in der Schwangerschaft ist auf jeden Fall schon mal spezieller als Nackenschmerzen. Und da könntest du dann gucken, ob du eben dafür eine Chance hast zu ranken auf Google. Zum Beispiel, das jetzt zu erklären, sprengt so ein bisschen den Rahmen, aber such mal hier SEO Tutorial. Also SEO steht für Search Engine Optimization. Da gibt es auch super viele Inhalte auf YouTube, die dir eben erklären, wie du eben für, man nennt das Long-Term Keywords, also lange Keyworder, wie du dafür Blogposts schreibst und eben eine gute Chance hast zu ranken. Das ein bisschen vorab, weil ich möchte jetzt nicht, dass du hier anfängst, Blog zu erstellen und dich dann traurig bist, dass die Inhalte keiner findet. Deswegen such nach sehr speziellen Begriffen für den Anfang, wo es möglichst wenig Einträge auf Google gibt, weil dann hast du auch eine sehr hohe Chance, da sehr schnell für zu ranken. Ja, ich klicke jetzt hier auf Blog aktivieren und schon ist der Blog eben aktiv. Glückwunsch, wunderbar, jetzt habe ich einen Blog. Und natürlich habe ich hier noch keine Artikel, dann kann ich eben hier einen neuen Artikel erstellen und klicke hier auf Neuer Artikel. Und jetzt bin ich schon wieder hier auf meiner Seite und hier siehst du oben erstmal im Menü, ist der Blog schon hinzugefügt worden. Den könnte ich jetzt auch, wenn ich den ein bisschen weiter hinten haben möchte, eben was runtersetzen und den ganz ans Ende setzen. Das ist oft so, dass man den Blog hier hat. Ich kann den auch in der Fußzeile verlinken, wenn ich möchte, das geht auch. Genau, und hier ist jetzt unsere Leinwand. Hier können wir jetzt eben unseren Blog Post anpassen und einfügen. Wir können dem Ganzen erstmal einen Titel geben, zum Beispiel Nackenschmerzen in der Schwangerschaft. Habe ich jetzt absolut keine Ahnung von. Also bitte nicht, alles was ich jetzt sage, ist ohne Gewehr. Genau, da kannst du ein Datum einstellen, das kannst du auch später ausblenden. Du kannst eine Kategorie hinzufügen, wenn du möchtest. Die können wir gleich auch anlegen. Genau, und der ist jetzt natürlich erstmal nicht veröffentlicht, weil hier auch keine Inhalte sind. Und ganz wichtig, du kannst hier auch ein Vorschaubild wählen. Das ist immer, wenn jetzt einer diesen Blog Post zum Beispiel auf WhatsApp teilt, dann sieht man ja oft so ein Vorschaubild. Da kannst du eben dann hier einfach ein Bild, wenn du eins hast, einfügen. Wenn du keine hast, kann ich dir hier unsplash.com empfehlen. Das ist eine relativ gute Datenbank für Bilder. Hier gibt es eben gratis Stockfotos, die du für deinen Blog verwenden kannst. Zum Beispiel hier auf Massage klicken. Ganz wichtig, hier oben gibt es immer so eine Werbefläche von iStock. Die sind kostenpflichtig, aber hier die sind gratis. Und die kannst du dir dann hier einfach runterladen und dann eben zurück auf deinen Blog einfügen. Das geht auch einfach zum Beispiel per Drag & Drop. Kannst du das hier einziehen. Und schon lädt der automatisch das Bild hoch für mich. Und dann habe ich hier so als Vorschaubild von meinem Blog eben hier so eine, ja, Vorschau, was ungefähr dazu passt hier, also Nackenschmerzen, ne, Massage. Auch wichtig, eine kleine Zusammenfassung schreiben. Die benutzt einerseits Google und andererseits wird die eben auch in der Vorschau auf deinem Blog angezeigt. Das zeige ich dir gleich, wie das dann aussieht. Das sind so ein bisschen, man nennt das Metainformationen. Die kannst du hier eingeben. Du kannst hier auch auf Erweitert klicken. Dafür speichern wir das einmal kurz. Und dann hier auf Erweitert klicken. Und hier kannst du noch so die URL-Endung verändern und noch Tags hinzufügen. Oder du kannst auch noch sagen, ich will Kommentare erlauben und einen Share-Button mit anzeigen. Das sind so ein bisschen die Spezi-Funktionen, aber die kannst du hier natürlich dann auch angucken. Schon ist das hier eingeblendet, wo ich was teilen kann und Kommentare. Ja, aber jetzt erstmal zum Blogpost selbst. Wir haben jetzt schon mal hier die Überschrift mit eingesetzt. Hier eben durch das Menü. Und jetzt können wir noch Inhalte hinzufügen. Jetzt zum Beispiel würde ich als nächstes erstmal ein Bild nehmen und das hier einfügen wollen. Das kann ich einfach reinziehen. Vielleicht nehme ich auch einfach das gleiche Bild wie hier in der Vorschau. Dann habe ich eben so einen kleinen Wiedererkennungswert, wenn die Leute hier reinkommen. Ich kann es auch ein bisschen kleiner machen, wenn ich möchte. Das ist ja relativ groß. Und schon hätte ich das hier als Bild mit drin. Und jetzt würde es ja eigentlich passen, wenn ich jetzt hier noch so einen kleinen Teil hinzufüge. Hier oben so ein kleines Textfeld, vielleicht so ein Dreizeiler. Und da so kurz beschreibe, worum es eben in diesem Blogpost geht. Ich mache das jetzt nicht. Das wird jetzt so ein bisschen den Rahmen von diesem Tutorial sprengen. Aber ihr versteht den Sinn dahinter. Also Überschrift, ein Text und dann hier ein Bild. Und dann könnte ich eben so weitermachen und kann wieder weitere Texte hinzufügen. Ich nehme jetzt hier einfach mal so einen Dummy-Text, füge den ein. Und hier diesen Text, den könntest du jetzt hier auch noch bearbeiten. Fett gedruckt oder hier so eine Bullet-Point-Liste hinzufügen. Das erklärt sich relativ von selbst. Du kannst auch die Schriftgröße verändern. Wenn das hier jetzt zu klein ist, kannst du das alles ein bisschen größer machen hier. Zum Beispiel auf 18 Pixel. Das ist auch immer relativ gut, wenn Leute das auch lesen können. Du kannst hier einzelne Textelemente farblich markieren. Oder ganz wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel auf einen zweiten Blogpost von dir verlinken möchtest, kannst du hier auch den Text markieren und hier auf dieses Link-Symbol klicken. Und dann kannst du entweder auf eine interne Seite verlinken von deiner Webseite. Zum Beispiel hier auf die Startseite, auf die Kontaktseite oder hier auf so Seiten für Physiotherapie. Oder du kannst auch einfach einen Link einfügen oder eine E-Mail. Also zum Beispiel einen externen Link zu deinem YouTube-Channel oder zu deinem Instagram-Profil. Oder du kannst hier auch einfach dich direkt zu einer E-Mail verlinken, wenn die Leute zum Beispiel mit dir Kontakt aufnehmen sollen. Ja, das ist auch relativ selbsterklärend. Ist so ein bisschen hier, ja, dieser Text-Editor. Und aufgebaut, wie wir das eben schon gesagt haben, ist das in so Blöcken. Und die stapeln sich hier so aufeinander. Und du kannst die jetzt hier auch entweder einfach so ziehen. Also zum Beispiel hier runterziehen. Dann ist das Bild unter diesem Text oder du ziehst es wieder hoch. Und dann ist es über diesem Text. Das Gleiche kannst du hier auch mit diesen Elementen erreichen, indem du eben hier draufklickst. Kannst das Ganze löschen oder auch duplizieren. Wenn du jetzt hier unten nochmal ein Bild einfügen willst, dann klicke ich einfach auf Duplizieren. Und dann füge ich das Bild hier weiter unten ein. Und ziehe da vielleicht ein zweites Bild mit rein. Genau, und schon habe ich hier ein anderes Bild mit eingefügt. So würde ich das jetzt machen. Und hier eben diese Inhalte Schritt für Schritt hinzufügen. Kannst hier auch Videos einfügen. Dafür gibst du einfach die URL von deinem zum Beispiel YouTube-Video ein. Und dann lädt das Jimdo automatisch hier rein. Und du kannst natürlich auch noch Galerien einfügen, Bild mit Text und so weiter. Da ist das dann so ein bisschen aufgeteilt, dass du hier links dann das Bild hast und hier rechts den Text. Das ist natürlich auch sehr schön für deinen Blogpost. Das mache ich jetzt alles mal nicht. Und hier unten hast du auch noch weitere Inhalte. Zum Beispiel kannst du hier noch Google Maps hinzufügen. Du kannst hier eine Produktübersicht einfügen, wenn du einen Online-Shop hast. Oder Jimdo arbeitet da auch mit Power zusammen. Wenn du hier so weitere Add-ons hinzufügen möchtest, wie zum Beispiel dein Social Media Feed, also dein Instagram Feed mit reinladen möchtest, dann kannst du das hier eben über so ein Add-on machen. Das erkläre ich auch in diesem Website-Tutorial, wie das geht. Das ist auch relativ einfach. Da gibt es einfach so einen externen Dienst hier, Power.io. Und da kannst du dann eben so einzelne Elemente wie so dein Social Media Feed oder so Pop-Ups oder so Countdown-Timers eben hier einfügen. Das sprengt jetzt auch so ein bisschen den Rahmen, deswegen möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn du das wissen möchtest, dann guck dir gerne noch das Website-Tutorial an. Da erkläre ich das in aller Fülle. Für den Blogpost sind eher so die Basics wichtig hier oben. Textfeld, Überschrift und Bilder. Ganz wichtig, auch kleiner Profi-Tipp. Es ist immer ganz gut, wenn du so einen Blogpost dann auch in so Unterüberschriften unterteilst. Also zum Beispiel, wenn du jetzt hier auf Überschrift gehst, dann hast du hier die große Überschrift, die Überschrift 1. Das nennt man im Englischen Heading, also H1. Hier hast du dann die mittlere, das H2 und die kleine H3. Also Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3. Das ist ganz wichtig. Die Suchmaschine, das, was hier oben in der Überschrift 1 steht, beziehungsweise hier oben schon in der Überschrift, das ist das Wichtigste, der wichtigste Suchbegriff. Und hier unten kannst du dann so andere Suchbegriffe, zum Beispiel Hausmittel gegen Nackenschmerzen oder Geräte gegen Nackenschmerzen oder Vitamine für Nackenschmerzen. So andere Suchbegriffe, die eben die Hauptüberschrift dann so ein bisschen unterstützen würden, die würde man dann einfügen und gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass dein Blogpost jetzt anders wie meiner hier ein bisschen mehr Struktur kriegt. Also du würdest jetzt natürlich hier unter der Überschrift dann noch einen Text einfügen und unter der auch noch einen Text einfügen und den könntest du jetzt auch noch irgendwie sortieren, indem du dann eben Bulletpoints machst. Wenn ich das jetzt so markiere, kann ich das noch so strukturieren mit 1, 2, 3. Also sorgt dafür, dass das gut gestylt ist. Diese Textabschnitte sollten auch nie zu lang sein. Also ich würde immer so dir empfehlen, so Dreizeiler zu machen, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und so. So würde ich so einen Blogpost strukturieren, weil wie du siehst, ist das dann direkt wesentlich aufgeräumter und schöner. Und du kannst hier sogar noch so Abstände hin einfügen. Das sind einfach so Abstandshalter, die kannst du hier hochziehen. Hier Pixel, das ist so ein bisschen die Einheit dahinter und da kannst du dann einfach die Sachen so zurechtziehen, wie du es haben möchtest und dann diese Abstände eben einfügen. Wenn ich das jetzt hier oben nochmal einfügen möchte, gehe ich einfach auf Duplizieren. Ist auch immer ganz gut, wenn man so ein bisschen die gleichen Abstände nimmt. Und dann füge ich das hier oben ein und schon ist das dann hier, wie du siehst, so ein bisschen aufgeräumter und dann macht das auch mehr Spaß, das zu lesen. Ja, so würdest du das dann machen und deine Inhalte hier eben einfügen, Step by Step. Und dann hättest du deinen ersten Blogpost hier fertig. Der sieht dann hoffentlich schöner aus wie meiner, beziehungsweise ich kann das mal hier so ein bisschen löschen. Ja, ich habe das jetzt mal so ein bisschen angepasst. Also so oder so ähnlich könnte das dann aussehen. Hier so ein bisschen formatierter eben hier die Überschrift, die zweite Überschrift und so ein paar Bullet Points. Und da könntest du dann eben jetzt noch weitere Inhalte hinzufügen. Ja, aber achte darauf, dass die Texte eben nicht zu blockhaft sind, dass hier so kleine Abstandshalter dazwischen sind und dass du das Ganze schön mit Überschriften strukturierst. Das mag auch Google, wenn eben die Leute das gut lesen können und eben lange auf deiner Seite bleiben. Und das Ganze möglichst informativ ist. Du kannst dir das dann hier oben unter Vorschau auch angucken, wie das dann eben live auf deiner Webseite aussehen würde. Hier hat Jimdo das ganz cool gemacht. Die zeigen auch direkt diese Cookie-Richtlinien an. Genau, und so würde der Blogpost eben auf deiner Webseite aussehen. Ich finde das relativ cool gemacht. Das sieht wunderbar aus. Hier hast du auch den Link direkt mit drin, den wir eben eingefügt haben. Leute können das hier teilen und hier kannst du noch Kommentare hinzufügen. Ja, so würde dein Blogpost aussehen. Jetzt ganz wichtig, ich zeige dir noch so ein bisschen, wie du ein paar Einstellungen hier vornimmst, weil natürlich kann man das auch auf mehr Social-Media-Profilen teilen als nur auf Instagram und Facebook. Also auf Twitter und Facebook. Dafür gehen wir einfach hier zurück. Wieder auf Menü, dann auf Blog. Genau, das ist jetzt der Blogpost, den wir gemacht haben. Jetzt können wir halt noch Kategorien hinzufügen, zum Beispiel, weiß ich nicht, Kategorie Nacken, Schmerzen und das andere, weiß ich nicht, zweite Kategorie Rückenschmerzen. Und die könntest du dann eben noch in Kategorien unterteilen, die einzelnen. Das Ganze kannst du auch noch mit Tags machen, zum Beispiel, wenn du jetzt Tag Schwangerschaft oder Tag Büroalltag oder so, kannst du auch Tags hinzufügen. Die kannst du dann auch zu den Blogs hinzufügen, damit du dann eben immer, ja, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Koch-Blog hast, könntest du mit dem Tag erreichen, dass du alle veganen Gerichte einmal taggst. Dann wüsste man eben, welche Gerichte vegan sind, welche vegetarisch sind und so weiter. Und Kategorien sind so auch ähnlich dafür, aber so ein bisschen mehr, um deine eigene Struktur zu haben. Genau, und hier siehst du jetzt diesen Artikel, der ist dann noch nicht veröffentlicht. Da können wir erstmal wieder draufklicken und dann können wir hier noch die Kategorien zufügen. Das wäre jetzt Nackenschmerzen in dem Fall. Und wenn wir wollen, können wir das Ganze jetzt auch veröffentlichen. Wenn ich den jetzt veröffentliche, dann sehe ich, dass der sichtbar ist. Ich kann den Artikel hier auch noch bearbeiten, wenn er veröffentlicht ist. Das ist kein Problem. Außerdem klicke ich auf Speichern und schon wäre der Artikel dann eben extern für Leute sichtbar. Ja, das ist so. So erstellst du eben deine Artikel. Hier kannst du dann den neuen erstellen. Und jetzt hier unter Allgemein können wir noch so ein paar Einstellungen vornehmen. Wenn ich jetzt auf Allgemein gehe, dann kannst du sagen, ich will das Datum anzeigen. Ich persönlich zeige das immer nicht an, weil in zwei, drei Jahren ist der Blogpost dann alt und dann nimmt den keiner mehr für ernst. Deswegen blende ich das Ganze aus, weil jetzt so Hausmittel gegen Nackenschmerzen, die funktionieren ja auch noch in fünf Jahren. Deswegen ist das Datum da irgendwie irrelevant. Dann kannst du sagen, ich möchte Kommentare generell überall erlauben. Sorgt natürlich für mehr Arbeit für dich, wenn du die dann alle beantworten möchtest. Dann kannst du das Kommentarsystem auswählen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und die Share-Button würde ich auf jeden Fall überall aktivieren, weil eben, wenn Leute das teilen, das ist dann eben wunderbar. Hier zum Beispiel LinkedIn und Xing noch hinzufügen. Und hier hast du alle Social-Media-Profile, die du dir noch so vorstellen kannst. Die kannst du dann eben da einfügen und kann jetzt hier auf Speichern klicken. Und dann habe ich diese Meta-Informationen hier eingegeben. Genau, und zu guter Letzt gibt es noch die Blogpost-Seite. Das ist eben die Webseite, wo unsere Blogposts angezeigt werden. Hier auf unserer Homepage in der Menüleiste hier oben. Und hier hast du noch so eine grobe Auswahl, wie du eben diese Vorschau von diesen Blogposts haben möchtest. Das finde ich jetzt ziemlich ungünstig, weil das relativ groß ist. Du kannst hier zum Beispiel, wenn du einen zweiten hast, das so nebeneinander wählen. Oder ich finde eigentlich immer am besten, wenn das so übereinander ist. Der nächste Blogpost würde dann hier unten kommen. Und wenn jetzt jemand von deiner Seite auf Blog klickt, dann sieht er hier unten eben diesen zweiten Blogpost. Genau. Ich klicke auf Speichern. Ja, und schon haben wir alle Sachen zum Blog hier hinzugefügt. Du weißt jetzt, wie du neue Artikel erstellst, worauf du so ein bisschen drauf zu achten hast. Wie gesagt, google da mal SEO. Hier kannst du die allgemeinen Einstellungen vornehmen. Und du kannst dann eben noch die Blogpost-Seite anpassen, beziehungsweise deine Seite. Ja, und wenn du jetzt auf deiner Seite bist, aktuell hast du eben noch diese Jimdo Free Domain. Das kannst du ändern, indem du hier auf Upgrade klickst. Genau, und dann kannst du hier ein Jimdo-Paket auswählen. Dazu habe ich auf meinem Kanal auch ein Video gemacht, welches Jimdo-Paket sich da eben für dich anbietet. Aber du kannst jetzt einfach mal hier auf jetzt bestellen klicken. Und dann kannst du halt im nächsten Schritt das Jimdo-Paket kaufen. Das wird hier pro Jahr abgerechnet. Das macht auch Sinn, weil so eine Webseite, die erstellst du dir jetzt nicht für den nächsten Monat, sondern das soll ja eigentlich für immer dann da sein, solange du eben deine zum Beispiel Physiotherapie hast. Und dann kannst du hier eben einfach das kaufen. Und im nächsten Schritt kriegst du dann auch noch die Domain dazu für deinen Blog und kannst das dann Ganze starten. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gerne kurz einen Daumen hoch da lassen. Und ja, wenn andere Leute, die du kennst, auch noch einen Blog haben wollen, dann gerne auch mit denen teilen. Und bevor es jetzt losgeht, gerne unten auf den Link in der Videobeschreibung klicken und eben darüber reingehen. Das hilft mir eben hier weiterhin so Videos zu machen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.